Hallihallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja und so langsam müssen wir echt mal nach Liyue steppen, weil wir brauchen, wir müssen die Liyue Questline vollenden, um etwas freizuschalten, das nennt sich glaube ich irgendwie gedicktes Harz oder so. Jedenfalls kann man dann hier oben beim Harz, kann man das quasi, das kann man quasi alchemitisch umtransformieren mit so Kristallkern von so Kristallschmetterling und dann kann man beispielsweise hier quasi die doppelte Belohnung einsammeln. Und das ist wichtig, weil ich bin ein bisschen unmotiviert für das wenig quasi die Ley Lines zu machen, aber ich muss die Ley Lines machen, weil wir mittlerweile ein bisschen underleveled sind. Ähm, für die aktuelle Weltenstufe, Weltenstufe 3. Das heißt, ich muss hier ein bisschen nachholen, unter anderem muss ich den Boss klatschen für Barbara. Ähm, ja und noch so ein oder zwei andere Charaktere mitziehen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Xiangling Legendenquest und dann müssen wir gucken, ob wir erst nach Liyue steppen oder erst den Legendenauftrag von ähm Lisa machen. Da werde ich dann wahrscheinlich einfach eine Minze werfen. Und irgendwie, äh, hoffe, ich hoffe halt, dass mein Rechner nicht schon wieder abkackt. Das wäre echt fein, weil jetzt würde ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen, damit ich was im Voraus habe. Dann könnte ich auch mal, äh, Hogwarts Legacy auf den Zweitkanal starten. Olaf! Was ist? are you sure this is Springvale? Ah, yes, for the millionth time, yes. But I don't know any of the people you're looking for. That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. This is strange. What is going on? What is it? Ich denke, dass diese Jäger auch aus der Zeit von vor 300 Jahren kommt. What? Können Menschen wirklich so lange leben? Äh, macht das wirklich Sinn? Ja, und das Wildschwein wurde gemeinsam eingefroren. Gefroren hält sich alles länger. Ich hasse es, dass die Dialoge manchmal abbrechen. Ich bin sicher, dass ich das auf meiner Familie gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich von der Generation war, aber es war definitiv da drin. Also, ein großartig, 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 aber mit viel mehr großartig? Was ist das? 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 Oh, Olaf, willst du kommen und schauen, die Kuchen-Kompetition? Ah, ja, das erinnert mich an. Brooke hat mir über die Kompete und ich habe alles auf dem Vendor gelegt. Du sollst mit mir kommen. Okay. Dann, let's go! Da hoch müssen wir. Hat die eigentlich was an? Ja. Unterwäsche. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde das schwarze, schwarz-rote, ähm, ist hier, was, äh, Ganyu, obwohl sie eigentlich, äh, andere Farben benötigen würde, ziemlich gut. Da, die Teile brauchen wir. Ja, ich habe den Kristallkern, um quasi die, äh, Dinger herzustellen. Erstmal Rettich ernten. Ja, der ist mir schon mal ausgegangen. Manchmal braucht man den nämlich für Daily Missions. Du willst mir jetzt auf die Eier gehen? No touching. Next on the agenda. Ups. Oh, erstmal wieder anmachen. Wir wollen da ja nix betrügen, ja? Wir sind bereit, um zu kuchen. Du bist? Ich warst bereit. Oh, und Siegfria wird meine assistant für die competition. Dann lasst die Kuchen beginnen. Ich werde deine Judge heute. Und nicht beantworte, ich hätte noch lange kennenzulernen, aber ich werde komplett impartial sein. Sehr geehrte. Dann, Traveller, Paimon, prepare! Warte, wir nehmen auch Part in das? Natürlich! Wenn Brooke einen Assistent hat, werden Sie meine. Ich brauche Sie bei meiner Seite, wenn das Fahrzeug schwer wird. Paimon hat nicht erinnert, dass ich für diesen Job erneut. Okay, Paimon wird es für den Füllen machen. Ja, bisher habe ich immer den Frosch verwendet, weil hier Xing Ling bittet uns quasi darum, eine Zutat noch hinzuzufügen. Bisher habe ich immer den Frosch verwendet, aber den habe ich jetzt nicht bekommen. Die Frage ist, habe ich noch einen anderen Frosch? Weil mit dem anderen Frosch hat es immer funktioniert. Das sind Artefakte. Wäre der Frosch dann hier? Ja, hier wäre dann der Frosch. Aber ich habe keinen Frosch. Ne. Ich nix habe einen Frosch. Das erste Problem ist die Ingedienste. Wir brauchen etwas特別es, um das Steak zu schrauben. Aber ich habe hier nichts zu tun. Hm. Ich habe es. Das Radisch ist das, was wir brauchen. Mastet oder schraubt, wird es einen Tuch von Frosch. Das Radisch ist das Radisch. Two birds, one stone Go find me a radish There should be some in the area Oh, and make sure you wash it Because it's going straight into the dish Come on, let's wash the radish in the lake Ah, blime Scared the bejesus out of Paimon This is way too close to the venue What if they're having trouble during the competition? I don't think we should risk it Go get them Nein, verlaufen Seen Glingen hier bleiben Big and luscious It's perfect Thanks, you guys Now, how about Xiangling, look out The pan is on fire Oh no, it's going to burn It's going to burn, it's going to burn Get the fire under control Without using water though Or this dish is a goner Have we es geschafft? Bring the fire down It's going to burn to a crisp Welches Feuer Oh, this is practically charcoal now Oh, I'm going to have to start from scratch Also, I'm thinking our mane is a little weak We need to mix it up a bit Make me a mushroom chicken skewer And make sure it's got that Ooh la la on the outside Then hits you with the cha-ching In the middle Just make it taste friggin awesome Okay Hühnchen mit Pilzen, okay Äh Spießen mit Pilzen und Hühnchen Boom-chakalaka Boom-chakalaka Yes, definitely needs some boom-chakalaka Or perhaps a little Shakalaka-boom-pow I just mean it would be a waste of such amazing ingredients To just serve this as is Let me see Hmm What would be ideal is some kind of regional specialty Regional specialty? Yes Something that's native to this area But isn't often used in cooking I don't care if it flies, crawls or bounces Even insects I can work with Ah, interesting choice Hmm I'm sure I can make something of it Alright then Finde Zutaten, die zur Beschreibung passen Thanks, you guys No Then machen wir jetzt den Echsen-Schwanz Äh, do you really want to add that? It's a little Odd It'll be fine This was an excellent fine, guys Now if you'll excuse me Chef Xiangling needs to concentrate But I'll be sure to annoy you again If I need anything else It looks like Xiangling's main dish is almost done Let's go and see I almost forgot Side dish We need a side dish Are you sure it's no trouble? Here, take this I just crawled it down at the last minute And here are all the ingredients you need Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes, with some minor improvements So it uses up the leftover ingredients from Liyue This is so complicated How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter What matters is that you do it with passion That's what my father taught me And you must be passionate about cooking If you've helped me this much already I trust you guys I know you'll nail this side dish Confident I like it Come on, this is the final push Gefüllte Jadetaschen Lecker Gefüllte Jadetaschen, ja Mmh, they're so fragrant I can smell them coming a mile away We're all set And now to serve the meal This competition is ours Ja, erstmal hier einsammeln Zack Und Geh Oh This was a fine feast I have dined today like I have never dined before Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional They were true masterpieces And that is what makes this an extremely difficult decision But This is a competition And there can only be one winner And that winner Is Xiangling Whoopee! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh They were practically still grunting But It turns out that's still no match for the taste of extinct boar Excuse me Did you say this was cooked from Extinct boar? Yep Every last bit My goodness A single mouthful must be worth A hundred thousand mora The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for Years to come The main thing is that you enjoyed eating it I don't care about the mora Anyway Now our judge has given his verdict It's time for everyone else to eat too I made plenty Meanwhile I want to try Brooke's dish This is absolutely delicious I'll admit it I was beaten by the best Losing is no fun But it was worth it for the chance to eat such superb cooking Please Xiangling What's more? This is gorgeous too Such a perfectly layered texture Were it not for that exquisite boar and excellent side dish It's hard to say if I still would have won Paimon's turn to eat Hmm I will have a taste too Oh My oh my This is This is the taste of Springvale Or rather It used to be This is the last time I will be able to taste the food of my era Hey now Cheer up If you like the taste I can always make you some more Really? But the boar It's extinct The boar may be But the taste isn't I can simply recreate it Using different ingredients Putting a smile on customers' faces Is what we ships are called to do Thank you A good time was had by all But everyone is gone now Let's go and say goodbye to Xiangling Alright Aber jetzt scheint der nicht weg zu sein Da hinten steht sie Thanks you guys Without your help I don't know how it would have gone today And without you Paimon wouldn't have gotten to try so many new tasty snacks Also wouldn't have gotten so full Not sure I'll probably start heading back to Lue But I might change my plan on the way I don't like to plan things too thoroughly Who knows Maybe you'll bump into me out in the wild again Must be nice to be so carefree You are a gifted chef You made an amazing batch of jade parcels Come and visit me at the Wanmin restaurant sometime I did promise I cook for you And if you want I'll teach you how to cook some of my latest inventions too It's a deal See you again soon Naja So Und jetzt müssen wir entscheiden Ob wir nach Lue gehen Und erstmal die Story dort spielen Oder ob wir Die Hier Lisa Lisa machen Und da mach ich Ein Coin Flip Ähm So Also Kopf Ist Lisa Und Zahl ist Lue Kopf Okay Also machen wir Lisa Ja Ja und dann haben wir auch schon alle Legendenaufträge erledigt Die offen sind Dann Müssen wir die Legendenaufträge hier freischalten Ähm Unter anderem werden wir halt Wahrscheinlich mit den Boys anfangen Auch Da ist Alpedo Dafür brauchen wir Adventure Rank 40 Okay Ähm Klee 32 Ja Und hier haben wir halt noch Dates Da können wir auch mal eins machen So Dann äh Suche Lisa In der Bibliothek Oh Ja Ja. Voll vergessen. Cherely, you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So did you have something you needed? Or did you just come to see me? Ooh, a smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Hmm, recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the Restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat Travel Guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? Huh, I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Oh dear, that's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. Hmm, I really wish people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? Hmm, such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Devat Travel Guide sooner, you'd better come with me. Uh, Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best, if you answer her. You really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to... The Souvenir Shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. Tembus Fugit. Erster Akt. Ja. Alright. Please be quiet within the premises. Ah, dann bringen wir Bücher zurück mit Lisa, die nicht fristgerecht zurückgegeben wurden. Ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, ich mag Lisa sowieso unglaublich gern. Die sieht super gut aus. Und, äh, ihre Persönlichkeit, äh, gefällt mir bis dato sehr. Sie scheint sehr, ähm, locker und offen zu sein und so ein bisschen, äh, am rumflirten. Cutie, du bist hier. Let's beginn, shall we? Hallo, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Oh, is that how you see it? I suppose there's nothing wrong with that. At your age, these kinds of fleeting fantasies are normal. Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, yes, let us pick. Take a look around. There's sure to be something she'll love. Suche ein Andenken für Lisa aus. Kurze Hosen. Ich find's nur schade, dass die anderen beiden, äh, quasi Gefrage gezeigt sind. This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the adventurers guild. Sure, there's a bit of wear and tear. But this thing in the painting must be well over a thousand years old. Though it doesn't make much sense to me. Kurz, warum ich jetzt die Schriftrolle gepickt hab. Lisa ist ja eher so wissensbegierig. Deswegen denke ich, ne alte Schriftrolle ist perfekt. Mein Gott. This is one of the three lost scrolls, die die Nordrhein-Border-Wind-Investigation machen. Was ist es hier? Sind Sie sicher? Ich kann nicht wieder ändern, wenn Sie Ihre Meinung aufgenommen haben. Oh, so you're a fan of the Gallant Lady Vanessa, too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the Great Lady herself. Hmm. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue. Even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. Here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be Lisa. Let's go and find the next overdue book. Alright. Als nächstes müssen wir hier hin. Und das Problem ist... Das Problem ist... Ich hab mal nachgeguckt, was das perfekte Essen für Lisa wäre, weil natürlich, so wie wir es jetzt da hatten mit dem Geschenk, müssen wir jetzt überall für Lisa was aussuchen. Und ich hab gehört, dass Lisa Vegetarierin ist, aber ich kann irgendwie nur Gerichte mit Fleisch bestellen. Das ist ein bisschen strange. Also ich hab ihm eben, ich hab nachgeguckt, was die besten Geschenke denn wären. Willkommen zu Good Hunter. Table für zwei? Drei! Oh, meine Entschuldigung. Bitte sitz, woher du möchtest und kenne mich nach, wenn du bereit bist, zu ordern. Also, wir werden erst essen essen und später die Buchsituation bringen? Warum, natürlich. Der Stress der Arbeit nimmt wirklich den Spaß, aus dem Essen. Nicht wahr, du denkst? Arbeit ist so schlecht, hm? Hm. Oh, warum nicht du uns was, Cutie? Ich bin immer so interessiert, was deine Ziele sind. Ja, und hier Steak oder Räuchergeflügel nach Art des Nordens. Und es gibt aber irgendwie, ich weiß nicht, im Internet stand, dass man hier Salat aussuchen kann. Aber es ist ausgegraut. Also es ist hier gefragezeichnet. Ich weiß nicht mal, wie man die Teile freischaltet oder ob es die erst in einer späteren Version gibt oder ob die Legendenfest einfach vergessen wurde und nie weitergemacht wurde. Das ist die Art der Staple-Bar-Food, die du in der Taverne findest. Es hat einen extrem starken Flammer. Also Trinkern lieben es, weil sie es tatsächlich lieben können. Sind Sie sicher? Ich kann nicht wieder ändern, wenn du deine Meinung nach gemacht hast. Hm, hat es geschlossen? Sitze hier, wir gehen zusammen. Muss ich mich jetzt wieder hinsetzen? Wow. Hm, such ein potenzieller Aroma. Es ist fast zufockierend. Ich dachte nie, jemand von deinem Alter würde einen Dich wie dieser. Ich hatte dich immer immer als kleine Kleine. Aber jetzt bin ich nicht so sicher. Oh, Paimon ist so voll. Zeit geht weiter. Ich glaube, ich sollte weitergehen mit dieser ghastliche Sache nennen die Arbeit. Ich habe ein bisschen Gespräch mit Sarah über ihre Bibliothek. Würdest du etwas anderes orderen? Nein, danke. Wir sind ziemlich begeistert. Aber ich glaube, ich muss dich fragen über die Böre-Princess. Die Böre-Brisket? Ich bin sorry. Ich glaube, wir haben das aus dem Menü. Ich bin sicher, die Bibliothek. Oh, natürlich. Ich bin direkt zum Restaurant nachdem ich es und komplett vergessen, dass ich es überhaupt hatte. Ich bin so sorry, Lisa. Ich werde es in die Bibliothek selbst, als ich fertig bin. Okay, dann. Aber bitte nicht vergessen, dass du das mal nicht vergessen hast. Okay, auf die nächste Böre-Brische, dann, Cutie. Next on the agenda. This is our final call for the day. Welcome. Uh, couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Ah, yes. Now, which book was it that has the line, A date without flowers is a date without romance? Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Dandelions are one of our classics and a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land that the dandelion evokes. Just for the loils, by the way, hier kann man gar kein Löwenzahn kaufen, denn Löwenzahn kann man in Inosuma kaufen. Fünf Stück für eine halbe Mio, glaube ich, oder so. Ja, Eisnebelblumen mag sie nicht, weil Elektro scheiße mit Eisnebelblumen ist. Dandelions? They actually sell dandelions? They have a refreshing scent, similar to the one Jean wears. Thank you. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies ring a bell. Oh, uh, yes. Well, what happened was, was, oh no, what am I gonna do? I, I lost the book. Hmm. A while back, I realized it was almost due and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there. on my bedside table, right where I left it. Uh oh, Pet Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. Eh. Well, if it really was stolen, Donna has done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be three. No, ten times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy. Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Use your elemental site to look for clues. Gut, ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao. Bye. I've been counting days to get away to see you again. See you again. See you again. Bye. Bye. Bye.